So, schön net Video drehen, ne? Ein W64. Finale, Killer gegen Winnie Wagnis. Du kennst den noch? Ich bin wieder da, nur um Killer zu supporten. Tödlich wie ne Waffe, denn ich schieße gern mit Worten. Ob ihr gewinnt, ist egal, denn ab jetzt habt ihr andere Sorgen. Wenn wir kommt und euch battlen, gibt's für euch kein Morgen. Dein Hoodie ist ja sehr geil. Wurstel in den Handyspaar, sowas wie du gehört. Gefedert und geteert, weil du Dreck bist. Dreck frisst man, ich check's nicht im Netz. Endlich mach deine Wagnis nicht verletzlich. Bei der Frage, warum bekommt Killer das einzige Freund, das von dir ist. Redest du überhaupt? Schöner, du bist selbst keiner, der studiert. Ein Grund, Gewalter, Rat, akzeptier, dass du verlierst. Gib auf und spiel das Freiloft, bevor du dich blamierst. RBC Runde 1, welche mir sinnlos erscheint. Wie soll ich Gegnerbezug bringen, wenn ich nix find von deinem Scheiß? Okay, ja mag sein, du machst das alles. Noch nicht lange, Promo ist doch wichtig. Von Anfang an und für alle, oder dachtest du dir? Ich werd nur mal sehen, wie es läuft. Da kann man dir nur sagen, du hast uns maßlos enttäuscht. Denn dein Sound wie du ist letztes Nummer, kein Zuckerschlecken. Meine Monitore meint, hört er auch mal auf zu rappen. Du musst auch merken, dass du nicht begeistert. Er rauscht dich zu allem Übel, von jedem hier noch die Faust kriegst. Unter diesen Umständen wolltest du ernsthaft teilnehmen. Dir muss klar sein, für dich geht es nur noch steil, eben abwärts. Ich kick dich nun raus, du Vogel, das Turnier ist nun beendet. Sag mir nicht, es wird sich lohnen, wenn du weiterhin hier über Wackenparts kickst. Mein Pot ist wie ein Schwanz, der dir tief in den Arsch schweckt. Bam! Bum! 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 Vielen Dank.